Hallo und herzlich willkommen zur neuen VLS19 auf der Würgenfeld. Wir starten weiter mit dem Ernten. Mal gucken ob das jetzt läuft richtig wieder. Ich hatte jetzt nach der letzten Aufnahme hier hatte ich einen LS-Crash. Ich musste den LS komplett nochmal neu aufsetzen und da habe ich auch gleich eine neue Safety-Normal hergerichtet hier. Es kann sein, dass ab und zu noch ein paar Fluktuationen kommen, aber ich hoffe mal ich habe es im Griff jetzt. Jetzt sieht es ganz gut aus. So. Gitterisch los mit dem Beiz jetzt ja. So, jetzt haben wir jetzt mal geflaggert, wenn ich saue, aber es scheint zu gehen. So, jetzt schieben wir aber jetzt auf dem Shader-Cache, dass der aber da muss das neu aufsitzen vom LS, jetzt leer ist. So. 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 Wollen wir auch mal den Weizen runter Lageren wir schön ein Wollen wir noch kurz Zeit zu schaffen mal warm, mal kalt, aber es war angenehme, warme Temperaturen, aber auch nass. Ok, das war jetzt fast die letzten Tage, Kehtagverkannung, wo es nicht geregnet ist. Oh, das ist so nervig, weil von meinem Job viel raus muss. Regen, nass und kalt, oder? Ne. Also nass und, das stört mich am meisten nass von oben. Aber was will man machen? So, sind gleich voll. Wir sind fast full. 300 noch. Na ja, die Wahl ziehen wir jetzt nicht durch. Ich glaube, das kommt von der Brücke ein Stück raus, das ist ja nicht das Problem. Wo ist das einfach vorne rein? Ne, jetzt ist das raus. So, da brauchen wir es auch rein. So, die Arcelade hatten wir ja überhaupt auch schon. Du, 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 du. Dann schmeißt mal auf die Ernte. Dann schmeiß mal auf die Ernte. Dann können sie vielleicht noch einen Schluck trinken. Das ist einfach so. Wie ist es, mag man nicht so richtig, irgendwie. Oh ja. Ooh ha! Jetzt auch ein Feld, ich denke es kommt und dann fertig So Ruhli reinteklappt, und beinahe geht's. So, mal gucken, ich müsste an die älgeren Trascher passen. Ich schicke mal kurz auf Automatik, muss mal kurz was gucken. Ne, ist noch nicht, kann man noch nicht ernten. Oh, ich denke, ich habe ein Kontoschleife von einem gepasst. Scheibenkleister. Muss ich mal kurz gucken, im Moment haben wir es gleich. Ich muss mal kurz was gucken haben. Äh, das Bild hat sprich 83.000. Können wir mal ganz schnell korridieren. Das sehe ich jetzt erst. Da haben wir... 1.000. 1.000. 1.000. Da haben wir jetzt die 106. Da geben wir nochmal 20.000. 1.000. Jetzt haben wir noch, haben wir 3.000 weg. Autoschleife. 1.000. 2.000. Dann brauchen wir noch 5.500 oder 7.500. Das ist die 116.000. So und noch 5 und 6 So und jetzt halt es hin Jetzt haben wir noch den Preis eingestellt Bei dem Kredit haben wir noch nicht eingestellt Bei dem Kredit habe ich immer noch die 500.000 540 Da können wir noch mehr leihen Dann blenden wir auf die 630 hoch Ziehen wir das Geld wieder ab Wo das sind wir jetzt? Da kommen wir um 80.000 weg Wie ist Wie ist 8 80.000 Das haben wir jetzt 10.000 Okay dann los So Jetzt kommen wir eigentlich wieder gleich im DFG nicht passen muss So schnell kann es gehen Dass man da fast verschüttelt Aber wir wollen ja ehrlich weiter spielen Also daher haben wir das weg Das habe ich eigentlich übernommen und das habe ich jetzt verrasselt Ja Keine Mahlpassion Aber wir haben es jetzt live wieder hergestellt Vielen Dank Vielen Dank Was ist das? Was ist das? Okay, da wären wir nur noch 3000 Das hat das nicht hin So, jetzt hauen So Zudele Jetzt kommen wir doch noch mal ein, dann kommen wir so aus Die Hälfte schulden, halb voll Zudele 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 Desde Zudele Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin jetzt schon immer müde, aber alles ist ein bisschen Das ist die letzte Aufnahme für heute. Auch hier ist. Das muss ja wieder bewiegend beschriften. Aber es geht ja ganz fast. Zudrehen. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Vielleicht machen wir zu Ende mit euch. Letzten Meter. Ich geh auch schon mal in Brüssel raus. So. So. Wir haben es geschafft. Und ich komme heute zum Ende von dieser Folge. Wenn es euch gefallen, lasst gerne Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. So. 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 So.